Auf zum Keben! Andere Leute wären froh, wenn sie so eine Wohnung hätten! Andere Leute sind andere Leute! Ich bin nicht die! Ich bin ich! Verstehst du das? Ja, was schreit ihr so Deppert habt? Habt ihr nichts anderes zu tun? Das schreit für mich auf! Du faschelst mich da aus wegen nix und widerlich, gibst du mir ganz rein und das ist ein Winke, was du da magst! Na pass auf, das geht nicht mit mir! Huch mir mal zu! Ich mein, mit diesen blöden Sprüchen fangen sie an die Stimme von den anderen zu Depperten! Äh, die ist daneben gegangen, Frau Hansa! Schauen Sie, wie sich die Trockeln rund aufführen! Irgendwer müsste ein Buch über uns schreiben! Ein bisschen kurz, der Rock, was? Haltens die Pappen! Ein ordinärer Mensch! Halten Sie den Mund, meint sie? Da sagst du alle Alter zu mir erst! Heiß Mundl! Sagen Sie, haben Sie einen Klopfer? Wer den Kaisermühn wohnt braucht, dann führen Sie ihn! Haben wir uns! Wir haben uns Baba und Freunde! Wir sindodle wunderbar! umm... Hier ihr seid. Und hierinhalb Laden besensorstец auch... �� девop, meine price zu Eric jij? Und hier bleibt überrascht sein ...